Aber nein, klingt langweilig. Willkommen bei Folge 25, Kinder, was geht bei euch ab? So, wir finden den Dialog direkt weiter. Ich würde mit ihm gerne über Prim sprechen. Prim, Haze-Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträfligen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich sag's mal so, Prim ist ganz schön im Arsch, mein Freund. Einer der Interessen der, ja, einen der Pulverbanditen? Die machen uns nur Ärger. Warum sollten wir einen von denen in ein offizielles Amt erheben? Is it cause he's fucking cool? Seine Strafe ist fast abgesessen und er hält sich aus dem Ärger raus, den die anderen anstellen. Hm, in Ordnung. Wenn seine Haftstrafe eh fast verbüßt war, kriege ich ihn vielleicht begnadigt. Prim ist wichtig für unseren Handel mit Kalifornien. Dort jemanden zu haben, der uns etwas schuldet, das könnte nicht schaden. Okay, ich habe Sachen, die repariert werden müssen. Dann kann mir da jemand helfen, Pissbacke. Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier, hier und hier. Deine haarige Mutter unterschreibt hier. Und zwar meinem... Was habe ich denn hier? Was, um das Ding zu reparieren? 850 Kronen Korken. Also, wie die Ami sagen, äh, Crown Kakes? Du bist doch behindert. So viel Crown Kakes habe ich nicht. Wer sind sie? Ich bin Knight. Major Knight. Seit Ewigkeiten muss ich mich mit diesen Karawanen herumschlagen. Aber irgendwer muss das ja machen. Aber nein. Klingt langweilig. Ist gar nicht so schlimm. Falls Caesars Legion übernippt und nach Westen vorrückt, dann liegt der Mojava Outpost hier direkt an der Front. Tja, das ist aber behindert. Wie kann ich helfen? Hilfe? Nun, ja. Sie könnten mit Ranger Jackson sprechen. Vielleicht hat er was für Sie. Er leitet die Sache hier. Meistens schickt er nur Berichte nach Westen, die nicht gerade die besten Neuigkeiten enthalten. Okay. Was ist das für ein Ort? Wir kontrollieren hauptsächlich die RNK-Grenze. Wir sollen dafür sorgen, dass die Karawanen entlang der I-15 und des Highway 95 sicher sind. Weder der beste Posten, noch die beste Stellung. Aber es ist besser, als im Osten oder im Colorado zu patrouillieren. Da gibt es ziemlich viel Legion. Na gut, ich sag's mal so. Auf Wiedersehen, Sir. Sir? Ich sit in my pants, Sir. Guten Abend. Ich bin eine... Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Tja, ist mir völlig egal. Sieht so aus, als ob Sie mehr als genug Soldaten hätten. Kann ich irgendwie helfen? Hilfe? Nein, ich weiß das Angebot zu sch... Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Und Sie scheinen sich auszukennen. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Klingt gut. Dann sind Sie im Geschäft. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar... verlorenen Vorräten bezahlen. Okay. Glück auf dem Pfad gehabt? Noch nicht. Nun, wenn Sie helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Diese Karawanen müssen wirklich weiter. Ich wollte noch mit dir schwätzen, du Babsack. Aber... Okay, okay, okay... Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Hey, du. Hey. Hallo. Was ist hier los? Ich denke, nichts anderes. Das ist so schade. Ich habe getinkt, dass da viel los ist hier. In dieses Brahmin-Verschlag. Na ja, gut. Na ja. Komm, geh mal nach mir. Komm, geh mal nach mir. Wo ist denn die Bar? Ist das nicht hier? Ich muss in den Baracken. Ich will in die Bar. Ich bin gleich in die Bar und trinkst ihm Sch*** Also nicht wirklich... Du wirst, was ich meine Du wirst, was ich meine Du eine verdröltige Mojave... Das heißt Mojave oder Mojave oder sowas Du Lügenbau und Uhr Das ist dein langer Einsatz gewesen Das ist dein langer Einsatz für Kürze Komm Der hat einfach ein Blattvermund, der Aldi Jürgle Da Baracken Wir speichern mal, weil ich da drin jetzt nämlich alle umbringen Ne Quatsch, aber ich hab schon lange nicht mehr gespeichert Ich hab gesehen, bei Skyrim habe ich jetzt mittlerweile auch fast 2000 Mal gespeichert Ich hab 1998 Mal oder sowas Also ich spiele... Manchmal finde ich echt etwas Zeit, abends noch vielleicht eine halbe Stunde oder so zu spielen Hey Ich weiß nicht, ob sie wirklich hier sein sollten Hey Hey, stopp Hey Hey, hey du Howdy Hey Cass, what are you doing? Willst du Ärger? Oh Pau aufs Maul Tschö... Um was ich mich hier kümmerere ichsee ganzen allein eine Sache Wolltet ihr einige Fragen machen oder auch呢? Nein, ich schau mich nur um Ich will hier keine Fragen stellen Ich bin ein harter Mann Deiye Sache, was? Tja Darum solltest du dich wirklich besser kümmern Dann mal husch Bei dem geistlosen Gesichtsausdruck, den du hast Scheint es um deine Sachen ja nicht sehr gut bestellt zu sein Was? Bist du verregt? Alles in Ordnung Frau Lein Kinda aus Maul? Nein, mir geht's nicht gut. Ich trinke, um zu vergessen, aber es macht mich nur wütend. Whisky bringt mein Blut zum Kochen. Heute noch mehr als früher. Im Westen hat das Saufen jede Menge Ärger gemacht. Bis ich genug Leute umgehauen hatte. Dann waren sie lieber still, wenn ich Whisky gekippt hab. Okay. Was versuchen sie zu vergessen, Männer? Die Karawane auf dem Weg nach Norden verloren. Der Fahrer wurde verkokelt. Sie haben nicht mal die Ladung geklaut. Es ist nur noch Asche über. Warum sollten sie das tun? Ich tippe auf die Legion. Wollen die Versorgung der RNK kappen. Sieht man am Mojave Outpost. Wird besser bewacht als Nevegas, Jungfrau. Keine Karawanen gehen raus und keine kommen rein. Und versucht darüber mal mit Jackson zu reden. Sagt immer, die Straßen sind nicht sicher. Ach, ehrlich? Du abgehalfterter alter Wichser. Da brauche ich keinen Gelehrten der Bruderschaft, um das zu merken. Hey, 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 hey. Treffen nachgewacht. Ja, okay, das stimmt. Ja, der ist schon so lang bei der RNK, dass er immer das Schlimmstmögliche vor Augen hat. Und deshalb lieber gar nichts macht. Jackson will mich nicht nach Norden ziehen lassen. Ist nicht sicher. Und obwohl meine Karawane weg ist, muss ich wegen den Papieren hierbleiben. Bist also wegen Arbeit hergekommen. Mein Tipp? Such das Büro der kaminroten Karawane im Süden von Vegas. Die können dir helfen. I don't think so. Ich hätte noch ein paar andere Fragen, bitte. Woran hast du gedacht? Gibt es was, dass sie mir über den... Warum sind sie in der Bar hier? Hat sie auch schon gesagt. Gibt es hier in der Gegend Arbeit? Hat sie auch schon gesagt. Aber ich frage halt nochmal. Wenn du dich einer Karawane anschließen willst, dann nein. Die Händler sind hier alle eingeschlossen. Karawanearbeit findet man im Norden. Red mal mit der kaminroten Karawane. Die Waffenschieber könnten auch Arbeit haben. Weiß ich aber nicht genau. Aber wenn du Mumm, ne Wumme und Bock auf Patrouillen hast, dann haben die Soldaten hier für dich vielleicht etwas Arbeit. Alles geklärt. Oh, aber dann bekomme ich Kartenmarkierung. Jackson hat dann vielleicht noch mehr für dich, falls du mit dem alten Bussard noch nicht gesprochen hast. Hat wohl ein paar Soldaten gesucht, die die Nordstraße... Ja, weiß ich schon. Gibt es auch andere Arbeit? Keine Ahnung. In Nippten scheint was los zu sein. Man munkelt, dass einer der Scharfschützen in der Dachstellung im Osten Rauch gesehen hat. Wow. Ja, sie heißt Ghost oder sowas. Scheiß gruselig. Man sieht sie wohl erst, wenn man tot ist. Die R.P.K. und ihre gottverdammten Spitznamen. Als würde Caesar sich ins Hemd machen und weglaufen, wenn er die hört. Kannst ruhig weiter nach oben gehen. Frag sie mal, was vor sich geht, wenn du das noch nicht getan hast. Mir geht's am Arsch vorbei. Es ist also eine Frau. Okay. Egal, ich geh. Blablabla. Ich will was kaufen. Ein neues Gesicht im Außenposten. Kommen wohl aus dem Norden. Also, was soll es sein? Oh, Pussy. Gibt es hier in der Gegend Arbeit? Nein, gibt es was? Oh, nein. Ich... Ah, vielleicht hat sie Kartenmarkierung. Verraten Sie ihr aber nicht, dass ich das gesagt habe. Sonst fange ich... Okay. Nicht allzu viel. Viele Karawandien... Oh, viele... Viele. Sorry, Leute, aber ich habe das jetzt... So. So, ich habe ja jetzt gehört. Oder ist es für euch schlimmer, wenn ich es wegdrücke? Weil die erzählen ja alle das Gleiche. Ich wollte die Zeit in meinem kleinen Spielchen verbringen. Nein. Haben Sie was zu verkaufen? Schauen Sie sich an. Schauen Sie sich mal um. Habe ich hier irgendwas zu verkaufen? Nein. Nein, she's kinked. Ist schon gut, ich gehe jetzt lieber. So, die Schabacke. Hallo? Hallo? Am K? Okay, hier ist nichts los. Total ausgeräuchert hier, die Scheiße. Raus. Wir gehen mal hoch und ärgern die Scharfschützin, oder? Sollen wir hier was in der Bobo, hä? Hm? Wie wir in der? Up in die Bobo's. Upp. Scharfschützin, wo bist du? Hallo, Ghost. Ghost. Hey, du. Ich hab gute Augen. Häng von Arbeit ab. Es gibt Probleme in Nippton. Kein Verkehr von dort auf den Straßen. Das kann man zwar irgendwie erklären, aber den Rauch über der Stadt nicht. Da ist sicher was passiert. Ich muss nur wissen, ob es Überlebende gibt. Könnte die Pulverbande gewesen sein bei all dem Rauch in der Luft. Wenn da noch jemand ist, dann sicher im Rathaus von Nippton. Gehen Sie dorthin, schauen Sie nach und lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Warum schauen Sie nicht selber nach? Das hier ist mein Posten. Natürlich würde ich losziehen, wenn es Ärger in Nippton gibt. Da kann man gut campen und eine Menge einfache Kills sammeln. Aber dann würde Jackson mir wieder in den Arsch treten. Auch wenn ich mit Cezars Kopf zurückkomme. Da hocke ich lieber hier als in einer Zelle. Bin die Camperin. Okay, ich mach's. Nun gut. Sieh mal einer an, wie motiviert Sie sind. Wenn der... Hören Sie. Ich will nicht, dass Sie hierfür draufgehen. Wenn es dort Probleme gibt, will ich, dass Sie sich umsehen, nicht Ihr Leben riskieren, okay? Okay. Gibt nicht viel zu erzählen. Einer der schlechtesten Posten der RNK, wenn Sie mehr sein wollen als ein Babysitter. Wir sind voll besetzt, aber nur so voll, dass wir keine Patrouillen schicken können. Kein Personal für Patrouillen oder Eskorten. Also staunen sich die Karawanen hier wie Brahmin mit einer Flasche im Hintern. Kimble ist Kimble. Der peilt überhaupt nichts. Die Karawanenfamilien machen Ärger. Die große Runde wird nervös. Alles wie immer. Wenn Sie Gerüchte wollen, gehen Sie runter in die Bar. Da gibt es genug heiße Luft. Ja, ja, bla 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 bla. Ich muss jetzt gehen. Ich muss nach Nippton gehen, weil du dich nicht traust, Ghost. So. Hallo? Steckt mal die Waffe ein, Alter. Okay, chill mal, chill mal, chill mal beide. Okay, hey, hey, hey. Eure Kuh muss gemolken werden. Geh jetzt doch mal an, das ist doch nicht mehr normal. Mensch. Ah, so eine Frechheit ist das. Wir pierchen mal schnell nach Brumm zurück. Nach Brumm. Und sagen dem Caleb Scheid, dass er jetzt aufhangen kann. Dass er jetzt anfangen kann, da zu arbeiten als Shreff. Als Shreff. Und, ähm, ja. Ja, die Folge ist hiermit auch schon wieder beendet. Ich will ja immer an- und absagen. Ähm, und von daher, Leute, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja, 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 ja. Ja. Outro